Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Corona-Expertenrat der neuen Bundesregierung empfiehlt verschärfte Kontaktbeschränkungen in den kommenden Tagen, um die Ausbreitung der Omikron-Variante zu bremsen. Die Runde rechnet mit einer erheblichen Überlastung der Krankenhäuser. Zudem warnt der Rat vor möglichen Personalproblemen bei der sogenannten kritischen Infrastruktur, zum Beispiel bei Feuerwehr und Polizei. Eine massive Ausweitung der Booster-Impfkampagne sei dringend nötig. Bundesgesundheitsminister Lauterbach versicherte jedoch, vor Weihnachten werde es keinen Lockdown geben. In anderen europäischen Staaten hat sich die Omikron-Variante bereits deutlich stärker ausgebreitet. Zum Beispiel in England. Dort ist sie nach Angaben von Gesundheitsminister Javid jetzt vorherrschend und für 60 Prozent der Corona-Neuinfektionen verantwortlich. Deutschland hat Großbritannien inzwischen als Virus-Variantengebiet eingestuft. Wer von dort einreist, muss für mindestens 14 Tage in Quarantäne. Auch Geimpfte und Genesene. Meine Damen und Herren, wir haben in dieser Sendung technische Probleme. Leider ist es uns derzeit nicht möglich, Hintergrundbilder abzuspielen. Das bitten wir zu entschuldigen. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht ist zu ihrem ersten Auslandsbesuch nach Litauen gereist. Sie besuchte Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten des dort stationierten NATO-Gefechtsverbandes. Nach einem Treffen mit dem litauischen Verteidigungsminister Anu Schauskas sicherte Lambrecht den baltischen Staaten die Solidarität Deutschlands zu. Angesichts der zunehmenden Spannungen mit Russland und der Lage an der ukrainischen Grenze könne sie verstehen, wenn sich die Verbündeten bedroht fühlten, so die SPD-Politikerin. In Chile wird heute ein neuer Präsident gewählt. In die Stichwahl geschafft haben es der Rechtsnationalist Kast sowie der frühere Anführer von Studentenprotesten Boric. Die Abstimmung gilt als richtungsweisend. Fünf Jahre nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz ist in der Hauptstadt an die 13 Todesopfer erinnert worden. Bei einer Andacht in der Gedächtniskirche sagte Bundespräsident Steinmeier, der schwerste islamistische Terrorangriff in Deutschland, habe einen tiefen Riss hinterlassen. Am 19. Dezember 2016 hatte der IS-Anhänger Anis Amri einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert. Zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga hat Köln mit 1 zu 0 gegen Stuttgart gewonnen. Zuvor hatte der SC Freiburg den Sprung auf die Champions-League-Plätze geschafft. Die Breisgauer gewannen mit 2 zu 1 gegen Leverkusen. Zum ersten Mal ist in Deutschland ein Profifußballspiel aufgrund eines rassistischen Vorfalls abgebrochen worden. Bei der Drittliga-Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück war der VfL-Profi Aaron Opoku aus dem Zuschauerraum beleidigt worden. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel zunächst. Die Polizei erstattete inzwischen Anzeige gegen den mutmaßlichen Täter. Der MSV Duisburg sprach von einem Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte. Und an dieser Stelle bitten wir nochmals um Entschuldigung für die fehlenden Hintergrundbilder und Schriften in dieser Sendung. Wegen technischer Probleme konnten wir sie leider nicht ausspielen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 20. Dezember. Und um 23.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Omikron bedroht die kritische Infrastruktur. Was macht die Politik aus der Warnung der Experten? Und Fußball in der Pandemie. Ein Stadionbesuch bei Hannover 96. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017